Beispiel, dass sich der Kampf lohnen kann. Sie haben ein wunderbares Buch geschrieben, Franz Josef Wagner, Brief an Deutschland. Also wir sind ja normalerweise 40 Zeilen von Ihnen gewohnt, hier jetzt 160 Seiten. Eine Biografie, eine Autobiografie, in der Sie auch stark über Ihre Kindheit erzählen. Nach Kriegsdeutschland, Mutter geflohen, Sie wurden in der neuen Heimat als Polacken beschimpft, wie Ihr Bruder auch. Der Vater kam erst als Sie fünf waren mit gefrorenen Beinen aus der Kriegsgefangenschaft. Inwieweit hat Sie diese Nachkriegsgeschichte bis heute geprägt? Wo merken Sie, das habe ich bestimmt von damals, dass ich bestimmte Dinge so sehe oder so mache? Also dieses Buchbrief an Deutschland, die Idee war ja einmal, diese 20 Jahre Einheit zu beschreiben. Und das war auch der Auftrag des Verlages. Und dann habe ich mir gedacht, ja dieses Jubiläum zu beschreiben, das ist kein Buch. Was ist Deutschland? Wann habe ich zum ersten Mal begriffen, Deutsch? Also meine Mutter hat mir Deutsch gesprochen, natürlich, was ist Deutsch? Und ich bin aufgewachsen, ich bin aufgewacht als Deutscher an einem Sarg. Deutschland lag in einem Sarg. Starker Satz, den Sie auch so sagen. Und wenn ich heute an die Terrornetze der Nazis denke, dann kann ich mir das nicht vorstellen. Also ich konnte mir das nicht vorstellen, dass es so etwas gibt. Ich konnte mir die Dumpfbacken und die biersaufenden, vielleicht auch hoffnungslosen, berufslosen, zukunftslosen Menschen schon vorstellen. Und dass die ihre Aggression so ausspielen. Aber dass es Nazis gibt. Ich habe als Kind die Nazis hassen gelernt. Wir haben in Lagern gelebt. Meine Mutter hat uns Blendesselsuppe gekocht. Sie hat das Regenwasser aufgefangen, damit wir... Also ich habe das alles erlebt, das war kein Abenteuerland Deutschland. Wir haben ja die Auswirkungen... In meiner Kindheit, das alles wissen die Jungs natürlich nicht, habe ich sehr viele Einbeinige gesehen. Sehr viele Einarmige. Blinde, Kriegsblinde. Und die Männer, die zurückkehrten, die hatten also keine Betreuung. Keiner kümmerte sich um sie, wie wir uns um unsere afghanischen Bundeswehrsoldaten, die jetzt zurückkommen. Mein Vater hatte am Ende nur seine Frau. Und als Kind, wenn du so drei Jahre, vier Jahre alt bist, und du hörst deinen Vater durch die zünne, getrennte Schranktürwand weinen, dann kriegst du ein anderes Gefühl zu Deutschland und auch zu den Nazis. So. Und damit gar nicht einfach zu reflektieren. Sie haben ja unlängst auch nochmal einen Brief, jetzt ganz aktuell, Terrorzelle. geschrieben, der Ihnen auch sogar Morddrohungen jetzt der Neonazi-Szene eingebracht hat. Also es ist auch nicht ganz ungefährlich, immer so die Meinung zu sagen. Gut. Und man kann sich sein Leben nicht durch solche Leute ändern, indem man, ich weiß nicht, mit einer Schutzweste rumläuft, dass man sich duckt, dass man sein gewöhnliches Leben verlässt. Wie an die Polizei das rät, dass man also, gehen Sie nicht immer zu fixen Punkten aus dem Haus. Chorgieren Sie zehn Minuten früher, eine Stunde später. Gehen Sie nicht mit voller Breitseite durch die Tür. Das hat Ihnen eine Mitarbeiterin vom Verfassungsschutz gesagt und hat Sie beraten, wie Sie sich besser schützen. Sondern stellen Sie sich schmal hin, damit wenig Schussfläche da ist. Das erzählen einem die LKA-Leute. Aber du vergisst es sofort wieder. Also so will man nicht leben. Und so viel Angst machen Sie mit mir auch nicht. Das ist gut. Das Buch aber geht natürlich dann, wie auch Deutschland wird. Ich hatte Möglichkeiten, das zu werden, was ich geworden bin. Aber ich hätte auch mit einem anderen Jungen in eine andere Richtung laufen können. Sie schreiben ja auch, vielleicht hätten Sie, wenn Sie einen anderen Vater gehabt hätten, eine andere Kindheit, wären Sie Zahnarzt geworden und nicht Journalist. Vielleicht, aber einer meiner Kumpels und Freunde, wenigstens Nachtfreunde, war Bader. Andreas Bader, der später zur RAF. Den bin ich beim Billardspielen und beim Pingpongspielen in einer Kneipe kennengelernt. Da war er doch kein Terrorist. Ich habe gerade angefangen als Volontär. Aber er ist Terrorist geworden, Sie Hedonist praktisch. Porsche gefahren, lange Haare, Bild-Zeitung. Meine Träume waren in einem offenen Auto, Covirtelcar, Arm raus, Zigarette im Mund. So ein bisschen Günther Netzer-Style, den Sie ja auch am Tisch haben. Und hoffentlich so ein hübsches Mädchen wie Sie. Damit beenden wir diesen Take, es wird nicht besser, das Zapf.